Eins, zwei, drei, zwei, 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 drei, zwei, 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 drei, zwei, drei, 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 drei Ein wunderhübsches Ensemble, zusammengestift aus mehreren Boulons, wo wir das Rote Rathaus in der Welt haben. Besser kann man für diesen Anlass nicht gekleidet sein. Und die perfekte Frisur, um in den Locken noch ein paar Cannabis zu verstecken. Und wenn ich nicht nach Hause. Garthi Kemper hat's noch alles frei. Nr. 2, J. Pearl Baker. Nr. 2, J. Pearl Baker. Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape. Ein trauriger Gampfen für Abendstimmung auf den Körper. Zitrape und Zitrape und Zitrape. Aber einen leichten erotischen Faktor hinten noch beim Rücken, sie zeigt die Politik. Zitrape und Zitrape und Zitrape. Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape und Zitrape. Tja, Startenbäcker! Spannende Nummer 3, Dieter-Rieter-Scholl! Und jetzt geht's mit der Startenbäcker! Das ist Strasenreide, Cäsar, selber geschossen! Chanel Segenstein! Dieter-Rieter-Scholl! Start Nummer 4, Moda-Cola! Die Weibnische World-Star ist Oster! So, das ist ein sehr liebster, für die Berlinale, den Satz-Rieter-Scholl! Start Nummer 4, Moda-Cola! Start Nummer 5, Karantabak! Sehr elegant! Auf jeden Fall ein Hingucker, wenn man zum Arbeitsamt muss! Wenn jetzt ein Thema... Oder mal schnell zu Lidu! Jetzt ist er schon weg! Kommt dann noch rein! Das ist schnell! Steine von Karantabak! Start Nummer 5, Mitte Start Nummer 6, Stella Hartes-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter. Sehr sensationell! Ist für den DJ-Job nicht geeignet, aber für repräsentative Zwecke auf jeden Fall! Alalalalalalalala! Ich möchte hier hinweisen! Der Trend ist wie zum Einträger wieder, ja? Das wollte ich mal kurz sagen! Naja, allah! Wunderschön! Stella Destroi-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter-Rieter! Und jetzt noch mal alle Kandidaten nehmen!